Vor langer, langer Zeit, nee, so lange jetzt auch wieder nicht, kam der kleine Ruedi auf die Welt. Seine Oma nannte ihn liebevoll Ruedeli. Er war ein sonniges Gemüt. Und auch seine Lehrer hatten große Freude an ihm. Nun ja, zumindest die Musiklehrer. Nach der Schule wuchs er zu einem stattlichen Banker heran. Neben Job und Karriere kam sein Hobby aber nie zu kurz. So wirkte er in Musicals, Dramen, Komödien und Konzerten mit. Als Junggeselle sammelte er Bühnenerfahrung in einem Musicalchor in Luzern. Eines lauen Sommerabends im Jahre 2003 saß Ruedi draußen bei Tee. Da kam ihm die Idee. Mit einer Handvoll Freunden gründete er eine Gesangs- und Performancegruppe. Voicemail Der nährwodende Gruppe-Voicemail liess Ruedis Kreativität erblühen. So fing er an zu schreiben. Mit dem Showblock Schlag auf Schlager! Landete er seinen ersten großen Hit. Der nächste Renner ließ nicht lange auf sich warten. Und auch der neueste Block Made in Switzerland Lanz Kann sich sehen lassen und wurde zu einem Erfolg. Oder, liebes Publikum? In unserer gemeinsamen Voicemail-Zeit ist uns der liebe Ruedi so richtig ans Herz gewachsen. Weil wir niemanden kennen, der so viel Kreativität in sich trägt. Weil er unermüdlich für seine Ideen kämpft und sich auch mal hin und da belehren lässt. Weniger ist mehr, gell, Ruedi? Weil wir nicht wissen, wie man mit so wenig Schlaf noch so gut und knackig aussehen kann. Weil Ruedi auch bei einem Vier-Viertel-Takt mit seinem klassischen Achtung-Fertig-Fluss einzählt. Weil er zu Flammkuchen, Cola, Fruchtsaft und heisse Schokolade alles auf einmal bestellt. Weil Ruedi beim Hochzeits-Apero all unsere Gläser leer trinkt und beim gemeinsamen Essen auch alle Teller leer ist. Weil er auch an Hochzeiten die Menschen immer wieder mit seiner mit Sänger-Spray geölten Stimme begeistert. Weil er, egal wie chaotisch wir sind, den Überblick behält. Und weil ihm beim Autofahren nichts aus der Ruhe bringen lässt. Weil er der originellste und kreativste Voice-Mail-Wochen-Postschreiber ist. Weil er für jeden von uns immer ein offenes Ohr hat. Weil Ruedi unser ganz persönlicher, organisatorischer Superheld ist. Ruedi, du bist für uns der einfallsreiche Kopf, der ausdrucksvolle Tänzer, der kulinarische Tiefflieger, der schnittige Autofahrer, der begabte Schauspieler, der taktvolle Sänger, der strukturierte Organisator, der einfühlsame Zuhörer, der talentierte Schnörre-Giegerli-Spieler. Kurz gesagt, du bist einfach. Ruedi, wir danken dir von ganzem Herzen für alles. Ruedi, wir danken dir von ganzem Herzen für alles.